heutiges thema straßenbaubeiträge da gibt es ja zwei kategorien das eine ist der straßenausbau beitrag und das andere ist der sogenannte erschließungsbeitrag zwei unterschiedliche paar schuhe ich habe mich in meinem wahlprogramm bezogen auf das thema straßenbaubeiträge ganz allgemein und habe davon gesprochen dass ich es zum ziel gesetzt habe diese langfristig komplett abzuschaffen zeit für die rückschau was ist passiert in den letzten vier jahren das land brandenburg selbst hat auf politische initiative hin das thema straßenausbaubeiträge vollständig abgeschafft das heißt also die anlieger an straßen die schon mal hergestellt worden sind und wieder ertüchtigt werden die werden für diese maßnahmen nicht noch mal zur kasse gebeten dass es von landesseite bereits abgeschafft worden bleibt der teil der auf der kommunalen ebene hier eine rolle spielt und zwar das thema sogenannte erschließungsbeiträge in fürstenwalde ist das ein thema für alle sogenannten sandpisten wir haben in fürstenwalde noch circa 18 kilometer davon daran hat sich tatsächlich in den letzten vier jahren nicht so viel geändert was sich aber geändert hat ist dass wir in der stadt fürstenwalde eine satzung und zwar schon seit dem jahr 2019 haben die die anlieger im gegensatz zu vielen anderen kommunen die 90 prozent der beiträge auf die anlieger umliegen haben den fürstenwalde eine satzung die nur 50 prozent der ausbaubeiträge bei den anliegern in rechnung stellt und ja das ist tatsächlich eine gemeinschaftliche leistung die wir zusammen mit der politik auf den weg gebracht haben wie gesagt schon seit 2019 auf der landesebene hat unser landesverband bvb freie wähler eine volksinitiative gestartet gehabt nämlich zur abschaffung von ausbaubeiträgen für diese sogenannten sandpisten volksbegehren sandpisten der ein oder andere entsinnt sich vielleicht noch leider hat es nicht gereicht die anzahl der unterschriften hat nicht gereicht um auch dieses diese diese art der anschlussbeiträge oder der beiträge auch hier abzuschaffen aber ich sehe die stadt fürstenwalde ganz weit vorne bei einer 50 50 regelung 50 prozent der entstehenden kosten trägt die allgemeinheit die stadt fürstenwalde das steuersäckel und 50 prozent die anlieger die ja auch sehr davon profitieren wenn unsere straßen gemacht worden sind also auch hier kann man sagen erledigt beziehungsweise auf einem guten weg